Ich weiß nicht, wo ist das Papa? Wo sind die Kinder? Da siehst du die Flecken jetzt? Mal gucken, da eine Kölbe hinten. Siehst du jetzt die Flecken? Siehst du das? Die Sonne ist ein Stoff. Siehst du die Flecken dort? Siehst du? Ja, ja. Wir machen jetzt Gruppen 6. Siehst du die Flecken? Siehst du die Flecken? Siehst du aber nur so in unserer Nähe? Ja. Guck mal, ein Unterwurf. Hm.